Die Erschaffung des Menschen, die Erfindung von Blech, die Erschöpfung von Sprache So lautet der Titel eines Künstlerbuches, das ich vor etwa 30 Jahren bemalt, bezeichnet und beschrieben habe. Es ist ca. 60 x 40 cm groß und aus dünnem Seidenpapier, so dünn, dass es heute beginnt, sich aufzulösen und zu zerfallen. Damals hatte ich ein großes Problem, nämlich meine vielschichtigen, unterschiedlichen, zum Teil gar widersprüchlichen Ideen, Einfälle, bildnerischen Konstruktionen, einfach und klar zu bündeln. Denn ich fühlte schon eine klare und einfache innere Konstitution in mir, aber das Ergebnis sah leider nicht danach aus, und so hatte ich ganz einfach Angst, nicht verstanden zu werden in meiner Kunst. Ich kam auf den Gedanken, die aus meiner inneren Flut entstehenden Bilder aneinander zu reihen, wie in einem Buch, und vorne herauf einen Titel zu schreiben, der eigentlich hätte »Alles« lauten müssen. Das wäre mir aber damals irgendwie zu doof erschienen, und so kam es zu diesem disparaten Dreierhaufen, der, so dachte ich, keinen Sinn mehr ergibt, sondern so etwas wie ein Klang, die Erschaffung des Menschen, die Erfindung von Blech, die Erschöpfung von Sprache. Dieser Klang war für mich so etwas Ähnliches vielleicht wie ein Sack, oder besser noch, wie eine Schachtel, die es mir leichter machte, einfach weiterhin, unkontrolliert, alles hereinzupacken, was mir in den Sinn kam, und das Ganze als ein Werk zu sehen. Wie Sie schon hierbei bemerken können, funktionieren diese inneren Sortierungen, dieses Ordnen, dieses Suchen nach einer übergeordneten Form, gerne und oft über die Sprache. Jahre später, 2006, malte ich ein Bild, das dieses Thema der inneren Sortierung noch einmal aufnimmt. Es zeigt einen verhüllten Schäfer und eine kleine Schafherde, die den Namen meiner Lieblingsmaler auf dem Feld tragen. Hier kommt aber noch der Bildtitel mit ins Spiel, der versucht, den Bildgedanken deutlicher zu machen und anzuspitzen. Er ist als Frage formuliert und lautet, wie die Herde zusammenhalten, wie den Tieren die Wolle nehmen. Und Sprache ist doch genau das. Einerseits hält sie die Herde der inneren und äußeren Eindrücke, der Ideen und Eingebungen zusammen und nimmt ihnen andererseits doch ihre sinnliche Wolle. Vielleicht taucht Sprache oder einfacher noch Worte oder noch einfacher Buchstaben auch deshalb in meinen Bildern mal als Titel, manchmal aber auch mittendrin auf. Dass Schrift oder Sprache für mich eine solche Rolle spielt, liegt zu einem Teil an meiner sehr frühen, noch fast kindlichen Begeisterung am Sprechen, am Lesen und Verstehen. Sprache empfindet man als Kind schon auch als das Durchstoßen einer Membran, zu sich, zu anderen, zur Welt. Sprache ist zuallererst Kontakt und Verbindung und irgendetwas zwischen Spiel und Macht. Später dann erfährt man, erfuhr ich, die Wortgewalt der Kirchensprache. Da gab es nicht nur Gottes Wort, sondern Gott war das Wort. Und dann sollte dieses Wort auch noch Fleisch geworden sein und der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Ja, das ist schon schwer zu verdauen, wenn man jung ist oder fast noch ein Kind. Und doch hat diese Sprache eine Kraft, die mich seither nicht losgelassen und, ich vermute sogar, sehr geformt hat. Ich erinnere mich, geheimnisvoll und lebendig wurde Sprache erst, als ich begriff, dass sich das Wort Angst zum Beispiel von Enge ableitet. Da zog ich die Schultern eng an mich und fast über den Kopf und spürte, dass die Sprache auch in uns wohnt oder wir auch in der Sprache wohnen. Das war schon fast so etwas wie ein neues Zuhause oder besser noch so etwas wie ein neues Werkzeug. Eben habe ich davon gesprochen, dass ich als frühe Erfahrung die Sprache gleich einem Durchstoßen einer Membran oder eines Konkons gefühlt habe. Damit meine ich ebenso die Alltagssprache wie die poetische, die Dichtersprache und auch die Kindersprache, die mit einem Lallen beginnt und einem unbewussten, imitierten Taumel gleicht und die einem ausgetrieben wird unter dem Vorwand, sich zurechtzufinden in der Erwachsenenwelt. Man sucht das ja nicht. Und doch dauert das lange, bis man endlich zur Sprache kommt, zur eigenen Sprache findet. Denn die Stimmen, der Klang, das Reden jener Zeit fing damals an, mich mehr und mehr abzuschrecken. Für mich war die Stimme von Thomas Mann zum Beispiel genauso furchtbar oberlehrerhaft wie die Stimme von Arno Schmidt und erinnerte mich eben nur an eine heraufgestellte Autorität, wie sie Eltern, Lehrer und Pfarrer besaßen, und Sinn und Tiefe blieben mir verschlossen. Überhaupt nervte mich als Jugendlicher das ganze Gequatsche. Und von allen Krankheiten und Gebrechen, falls man die frei wählen könnte, so dachte oder träumte ich damals, würde ich die Stummheit wählen. Jedenfalls bis ich jene Texte von einem ebenso alten oder eher ebenso jungen Mann las und die fast wie ein biblischer Text für mich waren. Lange Jahre war Lothria-Monts Le Chant du Malderot mein ständiger Begleiter. Da begeisterte mich etwas zum ersten Mal in meinem Leben, das so neu und unbekannt war und sich in Haltung und Sprache so deutlich von meiner Elterngeneration absetzte. Jetzt änderte sich alles. Ich kann ja nicht die großen Unterströmungen und kulturellen Zusammenhänge dieser Zeit vermitteln, aber da, in dieser Zeit, entstand mit einem Mal für mich eine grandiose Aufbruchstimmung, die durch Popmusik, das Schneiden, das Reißen von Texten, das Stammeln und Stottern als Ausdruck stärkster Emotionen, das Rückholen oder Neuerkennen von Dada und Surrealismus eine Begeisterung in mir auslöste und neue, unendlich offene Möglichkeiten auch in meine bescheidenen künstlerischen Anfänge gelegt hat. In diese Zeit fiel die Entscheidung, Maler zu werden, die fiel zwar nicht in einer Nacht, sondern bestand aus einem langen Prozess des Experimentierens und des Zweifelns. Und sicher bin ich mir nur, dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Von Worten, Schrift und Sprache habe ich mich nie ganz abgewandt. Die Stille im Atelier und die Leere im Kopf ist eine große Erfahrung und doch, je mehr man in der Sprache heimisch wird, desto mehr gewinnt auch hier das Schweigen an Bedeutung. Dieses Verhältnis von Schweigen, Erkennen und Sprache habe ich versucht in einem zehnteiligen Bildwerk mitzuteilen, das in den Räumen der Gesellschaft für aktuelle Kunst in Bremen in der Ausstellung Beyond Words zu sehen war. Ausgangspunkt für diese Arbeit war meine Begeisterung für die Geschichte des Pfingstfestes, so wie es in der christlichen, speziell der katholischen Glaubensgeschichte, überliefert ist. Dass da zungengleiche Feuerchen über den Klöpfen der Apostel erscheinen und sich so der Heilige Geist im dreieinigen Gott manifestiert und das Verstehen in die Wirrnis und die Vielsprachigkeit bringt, habe ich immer für eine tolldreiste Geschichte gehalten, aber wäre nie auf den Gedanken gekommen, daran zu zweifeln. Um mich diesem Thema zu nähern, habe ich mir die vielfältigen Vorstellungen, Ideen und Umsetzungen in der Kunstgeschichte angesehen. Von Giotto über El Greco bis Nolde. Wohin ich auch schaute, sah ich Bilder der Ekstase. Ich aber wollte die Starre, die Lähmung zeigen, die einen befällt, wenn man in Kontakt mit dem übernatürlichen Gerät oder so etwas wie die ultimative Botschaft erhält. Mein Ergebnis, meine Bilder zeigen Menschenporträts, die sowohl heutig als auch gestrig erscheinen, d.h. keine Zuordnung zu einer bestimmten Zeit gestatten. Bei diesen Porträts fällt auf, dass der obere Teil des Gesichtes hell gelassen wird oder Licht sich findet und der untere Teil, der Mund, der spricht oder schweigt, kaum zu erkennen, verschattet ist. Nur ein Bild zeigt eine Kugel, die ebenso beleuchtet oder erleuchtet erscheint. Das ganze Werk trägt den Titel »Die Kugel schweigt nicht, sie summt nur sehr leise«. Einfache Lösung, werden Sie denken, und doch stimmt das nur zum Teil, denn das, was ich hier versuche mit Worten zu beschreiben, liegt auf einer anderen Ebene. Es gibt einen unauslöschlichen Zweifel an der Wortsprache. Nicht nur dann, wenn es um Bildinhalte geht. Die Malerei als solche, jedenfalls meine, birgt diesen Zweifel in sich. Man muss also die Bilder sehen und dann kann man vielleicht erkennen, denn die Bilder, die Gemälde, von denen ich spreche, stellen letztlich nichts vor, sie erzählen nichts. Sie sind, was sie sind, Farbe auf Leinwand, unverrückbar und still und entziehen sich so dem Dialog, der Konversation, dem Gequatsche. Das ist auch das, was passiert, wenn einer Maler wird, Maler geworden ist. All diese Fragen, all diese Worte gehen einen nicht mehr an, weil sie hier im Feld der Malerei nicht weiterführen. Denn man hat nur diese eine Antwort für sich gefunden und die lautet, alle Probleme malerisch zu lösen, auf alle Fragen eine malerische Antwort zu finden. Man fängt also mit der Sprache an, eine Frage zu stellen. Die Antwort dazu rutscht auf eine andere Ebene. Wenn man mit diesem Satz, mit diesem Programm lebt, erkennt man bald, dass man eher auch schweigsam wird und selbst zum Material, man wird zum Medium. Wahrheit, Lüge oder Erfindung sind hier keine Gegensätze und keine Widersprüche mehr. Denn Erzählen und Erinnern sind auch immer ein Erfinden. Das ähnelt dem christlichen Glauben, der uns so voller Geschichten sein lässt, das ähnelt aber ebenso oder noch mehr dem sogenannten Aberglauben. Auf alle Fragen malerisch zu antworten, ist mitunter eine Reise. Und diese Reise geht ins Offene. Im besten Fall strengt sich hier gar nichts an, weder man selbst, noch jene Imagination, die man ohnehin nicht im Griff hat. Nichts von all dem ist Revolte, geschweige denn, dass es den Mut zu einer Bedeutung hat. Es ähnelt dem spielenden Kind und lebt in der Freiheit, um die Ecke zu denken und Unsinn zu produzieren. Die Kunst, oder hier die Malerei, tritt gar als Rettung und Heilung auf, die das Gefangensein im Dialogischen entweder oder, durch ein Sowohl-als-auch, erhält und klärt. Warum ist das so? Woher kommt das? fragt man sich dann immer wieder und fängt an, sich irgendwann ein eigenes Bild davon zu machen, von dem Urgrund der Entstehung von Sprache, von Bild, Gesang und Tanz. Das geschieht völlig subjektiv und unwissenschaftlich und gleicht einer tiefen Empfindung, die von was weiß ich vorher stammt. Sie sagt mir, dass es keine Geborgenheit für uns Menschen gibt. Wir alle wissen, dass ich in jedem Augenblick die Erde auftun könnte, um uns zu verschlingen. Das ist so und das ist aber auch der Beginn der Musik. Wir stehen am Abgrund und einer beginnt zu singen oder geht zurück in die Höhle und beginnt mit Scheiße, Blut und Kräuterfarben, das Unheil zu bannen und die Geschichte zu erzählen. Wir sind eine Art domestiziertes Tier, das diese Spannung zwischen dem unaussprechlichen Glück der Existenz und der tiefen Beschämung eines Endes aushalten muss. Sprache, Bild, Gesang ist also das, was sich gebildet und geformt hat, aus jenem ersten und letzten Schrei, ausgestoßen aus Verzweiflung und purer Freude oder einfach nur um Luft zu schnappen. Das ist der Grund, aus dem all das kommt. Der Ruf, die Beschwörung, die lauretanische Litanei, genau wie Grateful Dead oder die Skulpturen von Jeff Koons. Wenn die Gedanken so ins Fliegen oder meinetwegen auch ins Flattern kommen, ist der Gedanke, Zauberer, Priester, Magier in einem modernen, gut sitzenden Anzug geworden zu sein, nicht weit. Völlig unerheblich ist dabei, ob man sich mit Worten, Gesang oder Bildwerken ausdrückt. Man bewegt sich nur ein bisschen anders, als man normalerweise das so tut. Aus einem Schritt zur Seite wird der Tanz und aus einem Schrei der Gesang. Immer wieder sind die Wort- und Bildkünstler zurückgegangen, haben versucht, diese Rückbindung wieder zu erlangen, wollten wieder die Tür zum Wahnsinn öffnen, zur Sprachlosigkeit, zur Stummheit und zur Idiotie. Nicht nur an die Grenze, sondern darüber hinaus, wollten außer sich sein, um das Menschliche radikal zu erfahren. Um zu überleben, muss man immer wieder zu sich kommen, oder besser noch bei sich sein. Das ist vielleicht am Ende der einzige Satz, der bleibt. In all den Wirren, die einen umgeben, in den permanenten Ablenkungsmanövern, das Umgebung und eigenes Bewusstsein und Unterbewusstsein ständig auf einen loslässt. Bei sich bleiben, sich selbst, als unerschöpflichen Brunnen öffnen und das trockene Land wässern. So könnte man arbeiten. Einen großen Unterschied zwischen Sprache und Bild kann ich also kaum erkennen, obwohl davon gleich mehr. Zunächst arbeitet der, der mit Sprache umgeht, auf ähnliche Weise, wie der der Bilder erzeugt, jedenfalls, wenn er das reine Ordnen, Sortieren in der Sprache, von dem ich eingangs sprach, hinter sich gelassen hat. Er dichtet, verdichtet, um etwas deutlich aufscheinen zu lassen. Um aber zu verdichten, muss man, wie gesagt, den ganzen Unsinn, das ganze Geplapper, das einen vom wirklichen, wahren Leben abhält, abschaben. Vielleicht ist die Schwäche der Sprache, dass sie so auf der Zunge liegt. Geht es nur mir so, dass ich Sprache immer mit Geheimnis assoziiere und das Sprechen mit Verrat? Oder ist das nur die Art, wie gesprochen wird? Oder ist das Sprechen so sehr dem Verstehen ausgeliefert, dass es den magischen Rest der Sprache einfach verschluckt? Und ist das bei Bildern zum Beispiel auch der Fall? Und warum wollen fast alle Schriftsteller immer Maler sein? Gibt es nicht auch einen Zweifel an Bildern, so als ob, bei aller Begeisterung für die Meisterwerke der Kunst unter der Oberfläche der Bilder sich noch ein anderes befinden könnte? Das echte, das wahre Bild, das aber niemand sehen darf, niemand sehen kann? Das, was man das Geheimnis nennt, hat immer mit Macht zu tun und auch mit Ohnmacht. Language is a virus from outer space, hat William Borroughs das genannt, und spielt darauf an, dass unsere Vorfahren sich mit Grunzen und Brüllen und Kosen verständigt haben. Und dass doch daraus Macht- und Zaubersprüche sich entwickeln konnten und irgendwann selbst Verse blühen konnten. Bilder und andere Kunstwerke scheinen immer in diesem Geflecht von Macht und Zauberei zu wirken. Immer wieder hat man den heiligen Figuren die Nasen abgeschlagen, die Akademien geschlossen und das Lachen verboten und den trunkenen Gesang. Das geht bis in die Gegenwart. So ist das Atelier der natürliche Rückzugsort, die Hexenküche oder ganz schlicht die Arbeitsstätte. Die größte Kraft hier, die mich bewegt, ist die Poesie. Ein Begriff allerdings, der mir zu sauber ist und kaum noch zu passen scheint und in mir das Gefühl hinterlässt, etwas aus der Zeit gefallen ist, ähnlich einem Fossil zu sein. Denn für mich ist das, wovon ich hier spreche, eine Kraft, die verursacht, dass Bilder einen Raum zum Glühen bringen können, obwohl nur eine nasse Straßenecke im Nirgendwo oder ein heller Flecken im Dunkeln zu sehen ist, oder ein Zweizeiler, der so holprig daherkommt, als ob ein Trottel ihn spricht und nach dem Verstummen in uns ein Gefühl entsteht, als begriffen wir Sinn, ohne jeder nachgefragt zu haben.